Hallo, ich bin Dominik Burch und heute schauen wir uns die Bedeutung vom 10. Haus und vom MC-Punkt an. Wir werden zuerst das 10. Haus anschauen, wie immer aus Sicht der antiken und der mittelalterlichen Astrologie. Und am Schluss des Videos werde ich noch ein bisschen auf den Unterschied, auf den Bedeutungsunterschied zwischen dem 10. Haus und dem MC-Punkt eingehen. Das 10. Haus und dem MC-Punkt, beide hiessen früher und auch heute noch die Himmelsmitte. Oder auf Griechisch Meso Ranema, die Aussprache ist wahrscheinlich falsch, aber auf Latein Medium Köli, die Himmelsmitte, das ist das 10. Haus. Und wir schauen uns das jetzt wieder in einem leeren Horoskop an, verorten das Ganze innerhalb der Logik der Horoskopzeichnung, weil sich auch vieles von der Bedeutung, von der Symbole geben, aus der Platzierung innerhalb der Horoskopzeichnung sich ableitet. Das 10. Haus haben wir also hier oben. Und wenn du jetzt von der modernen Astrologie her kommst und ich wundere, warte mal, der MC-Punkt ist ja hier am falschen Ort, dann musst du dir dann halt eben den Schluss des Videos auch noch anschauen, wo ich dann das Rätsel kläre. Okay. So, wir haben also das 10. Haus ganz hier oben und das ist dem schon mal wichtig. Das 10. Haus ist zuoberst im Horoskop, ja, das sichtbarste Haus sozusagen. Und wir sehen jetzt, wenn wir wieder auf dieses Konzept der angularen Triaden oder der Angularität zurückkommen, das habe ich ja in einem meiner früheren Videos zu den Häusern schon erklärt, dann sehen wir jetzt, dass das 10. Haus ist jetzt wieder ein sogenanntes angulares Haus. Das 10. Haus bildet also wieder einen Angelpunkt, so wie das erste, vierte und siebte Haus auch. Das 10. Haus ist so angular, das bildet den Angelpunkt für die angulare Triade, wovon auch das 9. Haus und das 11. Haus betroffen sind. Aber das 10. Haus ist der Angelpunkt. Und wie alle angularen Häuser ist auch das 10. Haus dementsprechend energetisch stark und stabil. Das hat etwas mit Stabilität und Stärke zu tun. Nicht mit gut und schlecht grundsätzlich, aber mit Stabilität. Aber es ist halt doch so, dass man tendenziell die angularen Häuser und Planeten, die in den angularen Häusern platziert sind, tendenziell eher positiv interpretiert. Das spielte schon auch eine Rolle und das kommt eben von dieser Stärke und Stabilität her. Aus Sicht der alten Astrologie ist das 10. Haus mit keinem bestimmten Planeten assoziiert. Anders gesagt, kein Planet findet seine Freude im 10. Haus. Wir nennen das so. Das 10. Haus ist nicht die Freude irgendeines Planeten. Aber wir können jetzt schauen, was wir hier von den Aspekten her herleiten können. Und wir sehen gleich, dass das 10. Haus bildet ein Quadrat mit dem 1. Haus. Und das Quadrat ist ein starker Aspekt. Und der Quadrataspekt wird traditionellerweise mit dem Planeten Mars assoziiert. Das heisst, dass das 10. Haus hier schon ein bisschen eine massische Qualität bekommt. Alleine von diesem Aspekt zum 1. Haus hin. Und jetzt ist es so, dass es in der antiken Astrologie gibt es noch das Konzept von dem quasi innerhalb von einem Aspektverhältnis. Welcher Planet oder welches Haus hat quasi die stärkere Position, welches Haus oder welcher Planet hat quasi die Überhand in diesem Aspektverhältnis. Und in diesem Falle ist es eben das 10. Haus. Das 10. Haus hat hier quasi die Überhand über das 1. Haus. Und bekommt hier also eine ganz, ganz starke Position. Wir haben es hier also mit einem ganz starken, obsiegenden, massischen Aspekt zu tun. Und all das fliesst jetzt hier irgendwie in die Symbolik mit ein vom 10. Haus. Das müssen wir dann alles mit beachten. Übrigens, jetzt siehst du vielleicht, dass ich hier dieses leere Horoskop so aufgestellt habe, dass das erste Haus ins Zeichen Krebs fällt. Und das ist nicht ganz Zufall. Das habe ich absichtlich so getan. Weil es gibt eben in der alten hellenistischen antiken Astrologie gibt es diese Idee vom, das sogenannte Thema Mundi. Und das Thema Mundi, das war quasi das Horoskop der Entstehung der Welt. Quasi das Geburtshoroskop der Welt. Das nannte man Thema Mundi. Und das Thema Mundi hatte dann eben auch das Zeichen Krebs im Aszendent. Oder den Aszendenten, das erste Haus im Zeichen Krebs. Und wenn wir uns das so anschauen, da ist es eben gleich noch interessanter, weil wir dann sehen, wenn das Zeichen Krebs ins erste Haus fällt, in Ganzzeichenhäusern fällt dann automatisch das zehnte Haus ins Zeichen Widder. Ja, das massische Zeichen schlechthin. Also ganz spannend. Und jetzt haben wir quasi nach diesem Thema Mundi, haben wir den Widder, das Masszeichen, ganz oben im Horoskop. Und von der Symbolik her ist es halt eben so, dass der Widder, der symbolisiert auch den Kopf. Und jetzt hier haben wir quasi das Zeichen des Kopfes, den Widder, ganz oben im Horoskop drin. Also haben wir auch hier wieder irgendwie so diese Bedeutung, die mit rein fliesst. Von Mass, Kopf, höchste Position, ganz starke Position, quasi die obsiegende zehnte Position. Man sagt auch, das Zeichen steht im zehnten Haus oder im zehnten Zeichen vom Aszendent, was eben ganz viel Kraft verleiht, dem zehnten Haus. Das Zeichen Widder hat ja etwas zu tun mit Handeln. Das ist die Handlung, da tut man etwas, da ist auch der Mut und so weiter. Aber das alles fliesst jetzt hier mit ein ins zehnte Haus. Und interessanterweise, wenn du aus der modernen Astrologie kommst, weisst du das natürlich, in der modernen Astrologie wird ja das zehnte Haus mit dem Zeichen Steinbock assoziiert. Das ist zwar etwas ganz Modernes, dass man das so macht, das machte man früher nicht so, diese Assoziation. Aber dennoch macht das in diesem Fall ganz viel Sinn, denn das Zeichen Steinbock ist ja die Exaltierung oder die Erhöhung des Mass. Das war ein Saturnzeichen, aber es ist die Erhöhung des Mass. Und dann fällt das dann eben auch ins zehnte Haus. Also wir können es quasi anschauen, wie wir wollen. Wir landen beim zehnten Haus immer wieder so ein bisschen in dieser Mass-Symbolik, wo eben quasi dieses Führen der Erde, auch im Wetter, das ist quasi der Pionier, der vorangeht und so weiter. Und dann haben wir eben diese Qualität von Handlungsbereitschaft, von Tatkraft und so weiter und zugleich auch so ein bisschen eine Anführung, eine führerische Führungsqualität, sagen wir mal. Das alles fällt ins zehnte Haus und das alles färbt dann quasi die Symbolik vom zehnten Haus. Und dann, wenn wir uns quasi einfach so ganz allgemein das Horoskop ein bisschen abstrakt anschauen, dann sehen wir eben gleich, dass das zehnte Haus ist das höchste Haus im Horoskop, das ist am weitesten über dem Horizont und ist somit auch irgendwie das sichtbarste Haus, das prominenteste Haus von allen Häusern. Und dann letztlich müssen wir immer auch das Achsenverhältnis mit beachten und wir sehen hier ja, dass das zehnte Haus offensichtlich eine Achse mit dem vierten Haus bildet. Und beim vierten Haus, da habe ich ja bereits ein Video dazu gemacht, beim vierten Haus haben wir gesehen, da geht es um quasi Familie, Heim und so weiter, Herkunftsfamilie, das eigene Land, wo man drin lebt oder drauf lebt und so weiter. Das vierte Haus hat etwas ganz Privates an sich, das ist sehr privat und das zehnte Haus bildet quasi dann komplementär den anderen Pol dazu, das ist quasi das öffentlichste Haus, das sichtbarste, am wenigsten private Haus. Aber dennoch müssen wir wie immer aufpassen, denn die Bedeutung auch hier vom vierten Haus kann dann mit einfließen ins zehnte Haus. Das haben wir ja bereits bei den anderen Häusern auch so gesehen, dass wir immer die Bedeutungen des gegenüberliegenden Hauses mit beachten müssen, weil die immer auch präsent sein können. Und so ist das auch im zehnten Haus, da haben wir immer auch ein bisschen potenziell Bedeutungen vom vierten Haus mit drin. Und aus diesen verschiedenen Puzzleteilen, die wir jetzt hier quasi zusammengesammelt haben, kommen jetzt so zwei zentrale Bedeutungsfelder, die sich da ein bisschen herauskristallisieren. Das eine ist mal, alles was mit der Sichtbarkeit zu tun hat, der Prominenz, Sichtbarkeit und so weiter. Und das andere Themenfeld, das wir hier haben, hat was mit Handlung zu tun, mit dem Tun, Handeln, Wirken und so weiter. Und das hat ja, wie wir gesehen haben, diese Verbindung zum Mars. Und wenn du jetzt ein bisschen handeln möchtest und den Mars glücklich machen möchtest, dann gib durch diesem Video einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und dann wirst du auch immer wieder solche Videos sehen, wo wir dann quasi in die Ursprünge der Astrologie gehen und die Astrologie ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel als gewohnt betrachten. Wenn du das spannend findest, bleib diesem Kanal treu, abonniere, Daumen hoch. Und dann ist nicht nur der Mars, sondern auch der Dominik glücklich darüber. Somit haben wir alle wichtigen Elemente, aus denen sich die Symbolik ableitet, gesammelt und können nun endlich in die eigentliche Symbolik und Bedeutung eintauchen. Wie wir gesehen haben, ist ein wichtiges Bedeutungsfeld des Zehnten Hauses alles, was mit Handeln, mit Tat, mit Tatkraft, mit Wirken zu tun hat. Und auch früher wurde das Zehnte Haus dementsprechend oft Praxis genannt. Das Wort Praxis bedeutet eben Handeln und Tun und so weiter. Also das ist ganz zentral hier im Zehnten Haus. Anders gesagt, das Zehnte Haus zeigt uns an, was wir in der Welt tun, was quasi unser Beitrag zur Welt ist. Zur Gesellschaft, aber zur Welt auch ganz, ganz allgemein gesprochen. Welche Wirkung wir in der Welt haben, könnten wir auch sagen. Das ist das Zehnte Haus. Heutzutage definiert sich das natürlich ganz, ganz stark über die Themen Karriere, Beruf, Berufung und so weiter, die dann entsprechend auch mit dem Zehnten Haus assoziiert sind. Planeten im Zehnten Haus oder in Verbindung mit dem Zehnten Haus oder zum Beispiel auch vor allem auch der Planetenherrscher des Zehnten Hauses sagen uns dann entsprechend ganz viel aus über diese Themen Beruf, Berufung, Karriere und so weiter. Es ist wichtig zu unterscheiden. Wir haben ja verschiedene Karrierehäuser. Wenn du alle meine Videos gesehen hast, dann weisst du ja auch, das zweite Haus ist ein Karrierehaus oder ein Berufshaus, besser gesagt. Und auch das sechste Haus, aber jedes dieser Karrierehäuser oder Berufshäuser beleuchtet einen unterschiedlichen Aspekt des Themas Beruf. Im zweiten Haus geht es eben vor allem darum, wie wir Einkommen generieren, wie wir quasi unsere Existenz sichern und so weiter. Im sechsten Haus, da geht es eher um die, sage ich mal, die negative Seite des Themas Berufs und Arbeit. Im sechsten Haus, da haben wir immer so ein bisschen diese Konnotation von Knechtschaft und so weiter. Und in vielen Fällen ist ja auch die Arbeit, die wir haben, eine Art von moderner Knechtschaft, quasi Unterwerfung gegen Lohn oder so was. Das ist dann eher das sechste Haus. Und beim zehnten Haus, dann geht es dann eher quasi um, eher im Sinne von Karriere und Berufung, eher um die, sage ich mal, die positive Seite vom Thema Beruf. Können wir vielleicht so sagen, ein bisschen wertend. Im zehnten Haus geht es eben auch um das Thema Können, ja, zum Beispiel handwerkliches Können, aber auch bis hin zum Thema Meisterschaft. Wenn man etwas meistert, ein Handwerk, eine Kunst, ein Business, was auch immer, wenn man das wirklich meistert, dann sind wir ganz stark im zehnten Haus mit drin. Und auch quasi den Erfolg, den man hat innerhalb seiner Karriere, seines Berufs. Und nicht unbedingt Erfolg im Sinne von finanziellem Erfolg, sondern eher eben im Sinne von, wie sehr man seinen Beruf, seine Karriere gemeistert hat. Ja, in dem Sinne. Können, ja, Kunst kommt von Können, hat unser Deutschlehrer immer gesagt. Das ist ganz stark zehntes Haus. Das ist halt eben sehr anders als zum Beispiel das zweite Haus, wo es eher um finanziellen Erfolg geht. Und wir können zum Beispiel im zehnten Haus erfolgreich sein, ja, indem man etwas wirklich gut kann und da auch ein gewisses Ansehen damit bekommt, ohne dass man wirklich viel dabei verdient, ja. Das ist auch möglich. Deshalb ist es wichtig, dass wir die verschiedenen Berufshäuser unterscheiden. Und nur, dass ich es auch noch erwähnt habe, ganz, ganz wichtig, immer auch das erste Haus anschauen, weil das erste Haus eben uns selbst symbolisiert, quasi wie unsere Grundveranlagung ist, unsere, ja, wie wir ticken sozusagen. Und das spielt natürlich auch immer eine ganz, ganz grosse Rolle mit Blick auf Themen wie Beruf, Karriere und so weiter. Und dann haben wir gesehen, dass das zehnte Haus eben sehr sichtbar ist, sehr prominent, zuoberst im Horoskop. Und dementsprechend hat das zehnte Haus eben nicht nur etwas damit zu tun, was wir tun, sondern auch, wie wir gesehen werden. Quasi wie wir von der Gesellschaft, von der Welt gesehen werden, was unsere Rolle in der Gesellschaft ist und so weiter. Damit zusammenhängt natürlich auch das Thema von sozialem Status, ja, welchen Rang wir innerhalb der Gesellschaftsstruktur haben. Das ist ganz wichtig hier, das sieht man eben auch dann im zehnten Haus. In anderen Worten, einfach, was unser Platz innerhalb der Gesellschaft ist, innerhalb der Gemeinschaft der Menschen, wenn wir so wollen. Und auch im zehnten Haus natürlich Thema Reputation, Ruf, Ehre, ist es vielleicht in unserem Kulturkreis weniger ein Thema, aber in anderen Kulturkreisen ein sehr wichtiges Thema, war hier auch früher auch ein wichtiges Thema, quasi, wie viel Ehre haben wir uns zuteil. Und Ehre hat ja auch was damit zu tun, wie wir von der Gesellschaft gesehen werden und welchen Platz wir innerhalb der Gesellschaft haben. Also das sind alles Themen, die wir hier im zehnten Haus sehen können. Und dann auch in diesem Zusammenhang quasi, wie viel Autorität wir haben, ja, ob wir eine Person sind, der innerhalb der Gesellschaft viel oder weniger Autorität zukommt, ja. Aber auch das Thema Autorität ganz allgemein, also es kann dann eben auch unser Chef sein, den wir dort sehen, es könnte ja auch mundan jetzt die Regierung sein oder so weiter und so weiter. Oder früher auch der König, all das, ja, Autorität und so weiter, das sieht man dann auch im zehnten Haus. Und Autorität natürlich auch was zu tun mit, wenn wir zum Beispiel innerhalb von unserem Berufszweig oder Kunstzweig einen hohen Grad an Meisterschaft erlangen, dann kommt uns ja quasi durch diese Meisterschaft, wenn du ein Meistermaler bist oder ein Meisterpianist oder sowas, dann erlangst du ja dadurch eben auch einen gewissen Grad an Autorität, ja. Das ist eben auch gemeint und das sehen wir auch im zehnten Haus. Ja, und damit zusammenhängt natürlich alles, was mit dem Thema Leadership, also Führungskraft, Führungsqualität zu tun hat, ja. Ob wir eher Führungspersonen sind oder halt eher nicht, das sind Dinge, die wir auch hier sehen. Wie gesagt, eben auch Könige, Regierungen und so weiter würde man auch mit dem zehnten Haus assoziieren. Aber es ist dann nicht so, dass wir zum Beispiel wichtige Planeten im zehnten Haus haben, dass wir dann sofort irgendwie zu einem CEO werden oder zum nächsten König oder Königin, sondern das kann dann auch zeigen, wie nah wir an der Spitze stehen beziehungsweise ob wir einen Zugang zu zum Beispiel wichtigen Personen haben. Wenn du zum Beispiel, angenommen, du bist eine Sekretärin in einer grossen Firma und du hast jetzt Planeten ganz prominent, damit die Sonne oder so im zehnten Haus, dann könnte das darauf hindeuten zum Beispiel, dass du halt Sekretärin des Chefes bist oder so auf der Teppichetage quasi. Also es zeigt nicht unbedingt an, dass wir selbst diese Führungsposition innehaben, aber dass wir vielleicht einfach nah dran sind an diesen Führungspositionen. Es zeigt einfach so eine energetische Qualität an. Die ist nicht immer auf uns persönlich bezogen. Und dann auch ganz wichtig, dass das nochmals betont ist, es geht im zehnten Haus nicht zwangsläufig immer um Beruf, um Karriere. Es geht eben einfach darum, was quasi unser Platz in der Gesellschaft ist, wie wir gesehen werden von der Welt und was unser Beitrag ist zur Welt. Und auch wenn es sehr oft heutzutage halt Beruf und Karriere bedeutet, muss es nicht unbedingt. Auch wenn du nicht arbeitstätig bist und keine Karriere in dem Sinne machst, kannst du immer noch eine sehr wichtige Zehnt-Haus-Geschichte haben. Und das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass das Zehnte Haus kann durchaus auch etwas mit dem Thema Partnerschaft zu tun haben, Ehe. Und zwar Ehe in dem Sinne, wo Ehe mit sozialem Status verbunden ist. Wenn wir zum Beispiel nach oben heiraten, gesellschaftlich oder runter heiraten, das sind so Zehnt-Haus-Themen. Sobald das Thema Ehe und Partnerschaft irgendwie das Thema in Verbindung mit dem Thema gesellschaftlicher Status zu tun hat, können wir dann eben auch Ehe im Zehnten Haus sehen. Dasselbe gilt auch für das Thema Kinder. Ja, weil sehr oft können auch Kinder unseren sozialen Status beeinflussen. Zum Beispiel nehmen wir an, dass wir selbst vielleicht jetzt nicht unglaublich prominent sind, aber plötzlich haben wir vielleicht ein Kind, das, weiss auch nicht, in die Spitzensportler wird oder so ganz, ganz berühmt wird oder bekannte Schauspieler oder was, das dann quasi unseren eigenen sozialen Status, unser gesellschaftliches Ansehen auch mit anhebt. Also auch in diesem Sinne können wir dann das Thema Kinder unter Umständen im Zehnten Haus auch noch sehen. Und wichtig ist auch hier wieder, wenn wir von sozialem Status, quasi von Reputation, Ruf und so weiter, Berühmtheit sprechen, wir müssen das immer neutral angehen. Ja, wir wissen nicht, Ruf und Berühmtheit sind ja nicht immer positiv. Ja, man kann auch sehr, in einem sehr negativen Sinne berühmt werden. Ich denke da mal zum Beispiel Adolf Hitler, ja, der war zwar sehr, sehr berühmt, aber ja, halt sehr, sehr negativ. Also wir müssen hier sehr aufpassen, dass wir nicht automatisch denken, ja, ein starkes Zehntes Haus, das ist super positiv. Wir müssen auch bedenken, das kann durchaus auch mal sehr negativ sein. Oder wenn man irgendwie in die Geschichtsbücher eingeht als Serienmörder oder sowas, dann ist man zwar auch sehr, sehr berühmt, aber eben in einem sehr negativen Sinne. Also immer aufpassen hier mit der Bewertung, das ist doch noch was anderes, ja. Ja, und somit haben wir die wichtigsten Themenfelder für das Zehnte Haus beisammen, denke ich mal. Vielleicht kommt mir dann anschließend noch was in den Sinn. Aber wie versprochen möchte ich jetzt noch zum Schluss auf die Unterscheidung zwischen dem Zehnten Haus und dem MC-Punkt eingehen. Ja, der MC-Punkt oder der genaue Grad des MC, MC steht für Medium, Köhle oder Himmelsmitte, ist astronomisch gesehen der Schnittpunkt zwischen Meridian und Ekliptik. Jetzt ist es so, dass wenn du von der modernen Astrologie her kommst und du sagst, ja, ich arbeite eh nur mit Quadranthäusersystemen wie Koch oder Plazidus, dann ist das, was jetzt kommt, der für dich relativ irrelevant, weil bei den Quadranthäusersystemen bildet der MC-Punkt immer die Spitze vom Zehnten Haus. Ja, das fällt dann immer zusammen und somit erübrigt sich dieses Thema eigentlich. Aber wenn du mit Ganzzeichenhäusern oder Equalhäusern arbeitest, sagst, ja, ich arbeite ja mit Ganzzeichenhäusern, dann ist das eben eine wichtige Unterscheidung, weil wie du anfangs gesehen hast, wo wir das Horoskoprat gesehen haben, da hast du ja gesehen, dass der MC-Punkt dort ins neunte Haus fiel und nicht ins zehnte Haus, ja, und nicht die Spitze des zehnten Haus bildete. Das ist eben, weil ich dort Ganzzeichenhäuser verwendet habe. Und wenn ich dich jetzt gerade komplett am Verlieren bin und du denkst, ah, was redet denn der von Quadrantsystemen und Ganzzeichen und Equalhäusern, dann würde ich dir sehr empfehlen, dass du mein Video anschaust mit dem Titel «Die astrologischen Häuser – eine Einführung», weil dort erkläre ich dann den ganzen, einerseits die ganze Geschichte hinter den verschiedenen Häusersystemen und wie sie sich eigentlich unterscheiden. Würde ich dir sehr empfehlen, wenn du dich da ein bisschen vertiefen möchtest und ein bisschen Hintergrundwissen haben möchtest. Okay, aber jetzt zurück zu dieser Thematik von, was ist der Unterschied zwischen dem zehnten Haus und dem MC-Punkt in Ganzzeichenhäusern und Equalhäusern. In Ganzzeichen und in Equalhäusern ist es eben so, dass der MC-Punkt nicht direkt verbunden sein muss mit dem zehnten Haus. Er kann irgendwo ins zehnte Haus reinfallen, aber sehr oft tut er das nicht. Denn der MC-Punkt kann dann eben irgendwo in der oberen Hälfte des Horoskopes sein. Also in Extremfällen kann er im achten Haus sein oder im zwölften Haus, aber sehr oft finden wir ihn dann eben im neunten oder im elften Haus drin. Und dann stellt sich eben die Frage, ja, was machen wir jetzt damit? Wie interpretieren wir denn das? Und das verhält sich eigentlich ganz analog zu, wie sich das vierte Haus zum IC-Punkt verhält. Und das habe ich ja bereits eigentlich im Video zum vierten Haus erklärt, aber ich erkläre sie jetzt noch mal, falls du dir das nochmals zu Gemüte führen möchtest. Es ist da ein bisschen verwirrend vielleicht am Anfang. Es gibt hierzu unterschiedliche Meinungen. Nicht alle Astrologen handhaben das gleichermassen, aber ich stelle hier jetzt einfach mal drei mögliche Zugangsweisen vor, wie man diese Unterscheidung macht. Eine Methode, die von traditionellen Astrologen oft verwendet wird, ist, dass man sagt, der MC-Punkt importiert quasi die Symbolik des zehnten Hauses in das Haus, wo der MC-Punkt reinfällt. Also wenn der MC-Punkt zum Beispiel im neunten Haus ist, dann bekommt das neunte Haus zusätzlich zur neunten Haus-Symbolik dann eben auch noch Zehntaus-Symbolik. Und wir haben dann immer noch das zehnte Haus. Das heisst, wir haben quasi wie zwei Häuser, die das Zehnthaus-Thematik beschreiben. Oder dasselbe, wenn der MC-Punkt zum Beispiel ins zwölfte Haus fällt, ins zwölfte Ganzzeichen oder Equalhaus, dann haben wir zwar einerseits immer noch das zehnte Haus, aber wir haben dann auch im zwölften Haus Zehntaus-Thematik. Das heisst dann, dass quasi einerseits das zwölfte Haus über normale Zwölft-Haus-Themen spricht, aber zusätzlich auch noch Themen wie eben Sichtbarkeit, Karriere und so weiter dann eh auch im zwölften Haus symbolisiert wird. Also wir haben dann quasi eine Verdoppelung des zehnten Hauses ein Stück weit. Also das ist der erste Zugang. Die zweite Methode, wie man das interpretiert, ist, dass man sagt, der MC-Punkt ist quasi einfach ein sensitiver Punkt, sowas ähnliches wie ein Fixstern von der Idee her, der irgendwo in der oberen Hälfte des Horoskopes ist. Und dann, wenn Planeten nah an diesem Punkt sind, und dann kann man dem Punkt ein Orb geben, dann sagt man vielleicht drei Grad vor und nach dem MC-Punkt, das ist dann diese sensitive Zone, dass wenn Planeten oder Transite nah an diesem Punkt sind, dass sie dann eben Zehntaus-Themen aufgreifen können. Ja, das heisst zum Beispiel, wenn dein MC-Punkt, sagen wir mal, ins elfte Haus reinfällt, dann hast du natürlich immer noch das zehnte Haus, ganz normal mit den Zehntaus-Themen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Planet im elften Haus drin, ganz nah an diesem MC-Punkt dran ist, dann bekommt dieser Planet eben zusätzlich zur elfte Haus-Thematik auch noch Zehntaus-Themen mit. Also quasi einfach so als sensitiver Punkt, das ist sein zweiter Zugang. Und dann eine dritte Sichtweise, die von manchen Astrologen vertreten wird, ist, dass der MC-Punkt nichts mit dem Zehntenhaus oder Zehntaus-Symbolik zu tun hat, sondern einfach als ein energetisch ganz, ganz starker, freischwebender Punkt im Horoskop ist, wo, wenn ein Planet Kontakt macht mit diesem Punkt, in Konjunktion geht mit diesem MC-Punkt, dann wird einfach die Symbolik des Planeten selbst, wird dann ganz, ganz stark betont, bekommt ganz viel Kraft, ohne dass jetzt hier irgendwie Zehntaus-Symbolik mit rein fliesst. Also in diesem dritten Ansatz ist der MC von der Bedeutung her dann wirklich komplett losgelöst vom Zehntenhaus. Also das gibt es dann auch. Ja, ich persönlich verwende eine Art Kombination von diesen drei Ansätzen. Ja, man kann die auch kombinieren. Und nebst diesen drei Ansätzen gibt es sicher auch noch andere. Ja, die kenne ich entweder nicht oder habe sie vergessen oder komme mir dann nachher noch in den Sinn. Wichtig ist einfach zu sehen, dass wenn du traditionelle Astrologie betreibst und Ganzzeichenhäuser oder Equalhäuser verwendest, dann musst du eben unterscheiden zwischen dem Zehntenhaus und zwischen dem MC-Punkt. Wenn du Quadranthäuser-Systeme verwendest wie Koch oder Plazidus, fällt diese Unterscheidung weg. Dann spielt es keine Rolle, weil der MC-Punkt immer die Spitze des Zehntenhauses ist. So, ich weiss, das ist ein bisschen kompliziert, vor allem wenn man das hier so verbal irgendwie verstehen sollte. ist aber nicht so tragisch. Ja, da braucht es einfach ein bisschen Zeit, da muss man ein bisschen dran rumknobeln und dann begreift man es dann. Und ja, das war mein Video zum Zehntenhaus. Ich hoffe, es war interessant. Und bitte Daumen hoch, Kanal abonnieren und dann hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss, vielen Dank.